Das geht's. Ich habe mir jetzt einen neuen Charakter erstellt. Tolles Ritter. Nur das Problem ist, ich habe lange mit so einem Echsenmeister gespielt. Deswegen habe ich keinen Plan, wie das so mit so einem Todesritter ist. Habe ich sowieso noch nie gespielt. Alles Leben muss enden. Ja, irgendwann mal muss alles enden. Aber, ich muss auf jeden Fall jetzt hier raus. Wie, das weiß ich noch nicht genau. Aber irgendwie muss das ja hier rausgehen, ne? Guck mal, vielleicht... ...und die Flieger hier... Ich höre zu! Fürs Erste! Ach, wie sie gehen allein, das... Nee, ok... Wie komme ich denn jetzt hier nochmal raus? Das muss irgendwas mit diesem Teil zu tun haben. Das muss ich mal gucken. So... Und dann... Äh... Ok... Ah, jetzt. So... Der Saude bewegt sich auf sein Ziel zu. Find ich das, oder? So... Ah, nein, jetzt von selber. Unter eure Kontrolle, ne? Also... Ne? Ich kann ihm gar niemanden angreifen, ne? Ja, wie? Ich kann ihm gar niemanden angreifen, ne? Ja, wie? So... 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 Ach so... Hier... Aha... Ok... Ok... Das hatte ich jetzt gerade nicht gemerkt... So... 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 Ich weiß mich denn... Oh, 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 we should have passen, shot. Very good. Okay, die nicht. Jetzt da. Oh oh, oh oh. Jawoll. Okay, habe ich und jetzt? Arigation. Okay. Kniet vor eurem Meister. Ihr wisst, was zu tun ist. Gehorcht oder egel vernichtet. Wie er verfehlt. Uns hält niemand auf. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Was gibt's? Es gibt noch viel zu tun. Ich muss jetzt wahrscheinlich runter. Ja, ja. Aha, jetzt. So. 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 Da war noch einmal. Okay, Spezialisierung. Ja, ich nehme mal den hier, Prost. Das fühlt sich für mich am besten an. Ja, ich nehme mal den hier. Ich nehme mal den hier. jetzt haben wir hier die Nummer 1 ich kann das nicht angreifen ich kann dieses ziel nicht kommt auf den Punkt ich bin schnell ihr Wille des Meisters geschehe weiter was gibt's wozu enden so ein Ritter und für das Ritter sagt was ihr zu sagen habt ich kann das nicht angreifen was 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 das ist so weit entfernt der letzte da ey da das ist so weit ich mag Glitzer das ist schnell verkaufen das ist schnell verkaufen das ist das selber ah war weg und das andere sieht aber besser aus ja cool das ist 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.